yo rap freunde hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen video hier auf the king ich weiß es kam schon lange kein video mehr das liegt einfach daran weil ich will die videos ab jetzt in hd machen und das habe ich mehr oder weniger geschafft jetzt viel spaß mit der news folge die erste news ist kollega versus spongebob es kommen immer mehr themen wann kommt das battle kommt es überhaupt noch ich bin gespannt und ich hoffe immer noch es kommt und mehr infos gibt es auch in weiteren videos die noch kommen werden jetzt weiß man wer spongebob ist und zwar ist spongebob san diego ist es und zwar wurde das im king finale 2014 bestätigt und zwar in dem lied jessica sammert sein gesicht in so einer weihnachtskugel und ja jetzt ist klar und mehr infos gibt es natürlich auch auf der facebook seite von spongebob also nicht zu dem wer ist einfach so und ja leute ansonsten sehen wir uns morgen oder irgendwann wieder haut rein leute tschüss